hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar gibt es wieder fiver mobile die vierte folge auf meinem kanal und alles möchte ich drei kommentare vorlesen die mir gut gefallen haben und zwar der erste kommt von justin günther deine videos sind richtig unterhaltsam stürme dann haben wir von fifa 19 mobile gamer deine videos sind sehr unterhaltsam und lustig und der letzte kommt von luka zockt freue mich auf die kommenden fm folgen ja ich werde beim letzten mal habe ich es vergessen mit den kommentaren tut mir leid jetzt habe ich wieder gemacht und das nächste mal werde ich hoffe ich wieder daran denken also fleißig unter meine kom videos kommentieren und dann werdet ihr auch vorgelesen so ich möchte heute ein bisschen event zocken und zwar kampagne sex giving habe ich schon gemacht heute so ich bin noch elite hier ich glaube ihr seid bestimmt schon alle weiter so ich muss jetzt hier gegen tottenham oder ich bin jetzt tottenham so schauen wir mal ich tue mich immer noch schwer mit der steuerung ich weiß auch nicht ja wissen wir alles anstoß ja wohl brand mit dem 1 zu 0 sehr schön 1 2 3 4 4 4 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann öffnen wir mal das Päckchen hier. Tag. 15 Liga Punkte, 20.000 Coins und 30 XP. Und Spieler interessieren können, Mensch. So, dann öffnen wir das hier mal noch. So, wie viele Spiele brauchen wir noch? Sechs Spiele. Und dann bekämen wir hier Kepa. Aber ich glaube, das wird jetzt das Video sprengen. Dann machen wir lieber noch was anderes. Machen wir noch ein Versus-Angriffsspiel. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich stark gewinne. Ich hoffe. So. Und... Das ist mein Team. Und was hat er jetzt? Mit 74er. Okay, dann machen wir mal einen Daumen hoch hier. Komm jetzt. Dass das immer so lang dauert. Das interessiert doch keine Sau am Anfang. Das ist mein Team. So. So, 1-0. Ah! Aus dem Tor und wieder... Oh. 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 Das war ein umständliches Tor hier. Bam. 3-0. Oh. Jetzt fängt er an sie rein. Warum denn? 4-1. 5-1. 6-1. 6-1. 7-1. 8-1. 7-1. 8-1. 8-1. 8-1. 5-1. 8-1. 8-1. 8-1. 7-1. 8-1. 9-1. 9-1. 9-1. so eröffnen wir mal das pack hier schauen was wir drin haben freischaltung beweglichkeit schalten beweglichen skill boost frei okay dann hier noch was würdest angriff pack ich habe meine boni kann ich glaube ich noch nicht öffnen oder das hatte ich erst vorhin oder öffnen wir das nämlich auch noch ich weiß kann ob ich noch irgendwas öffnen kann schauen wir mal quest ich glaube nicht dass ich noch irgendwas nein hier habe ich alles abgeschlossen okay gucken ob ich hier irgendwas machen kann ich glaube für 257.000 coins kann ich mir nix suchen ich gucke mal alleine also in ruhe so weil ich habe hier noch die skill boost aber ich verstehe das auch nicht hier steht doch 1 hier zum beispiel 1 und schon hier drauf gehen kann ich aber nicht trainieren oder auch blöd egal ich hoffe euch hat diese folge wieder gefallen ich halte bei der nächsten wieder ein und gibt natürlich einen daumen nach oben wie immer so falls du noch kein abonnent bist würde ich mich sehr über dein abo freuen natürlich gratis und bis zum nächsten mal